Hallo Leute, hier ist Oda bei Teutonski, es ist lange her. Ihr seht, wir sind im Disneyland. Ich habe einen Yucatan und da seht ihr mit meinen geilen, meine Füße sind mega scheiße verbrannt. Aber ja, wir sind im Disneyland, es macht mega viel Spaß, wir haben unglaublich Glück gehabt mit dem Wetter. Es ist super geiles Wetter jetzt. Vorher hat es zwar ein bisschen bewölkt und so. Wir sind um vier aufgestanden, waren mega müde, aber jetzt mega geil. Und ja, das ist das Finarella-Schloss. Alles. Und mal gucken, was wir jetzt hier noch machen. Man kann auch hier alles sehen. Guckt es euch an. Es ist einfach, es ist traumhaft. Es ist wunderschön. Disneyland ist unglaublich groß. Ich war ja noch nie in einem. In Deutschland haben wir das ja nicht. Aber ja, es ist einfach geil. Was war es? Ja, dann würde ich sagen, zum nächsten Mal. Tschüüüü!